Wir sind angekommen, angekommen, offiziell, beim Gateway. Wenn wir da jetzt zurückgehen, können wir alles abgeben. Alles. Wir haben alles gemacht. Das heißt, wir sprechen jetzt hier mit jedem und können überall unsere Missionen abgeben. Das heißt, wir können aber vorher speichern und mal gucken. Wir sind jetzt bei 80%. Ich wette, dass wir nach dem Abgeben bei 90 sind. Ziemlich wahrscheinlich sind wir dann bei 90. So, wer ist hier? CID. So, Lebensraub. Jetzt können wir, während wir Telekinese haben, den Gegner quasi aussaugen. CID-Anzug. Oh, wieder. Okay. Ja. Sehr schön gesagt. Und wir kriegen noch Telekinese Blitz. Ja, Maschine, Mann. Wir haben alle Missionen jetzt für CID, für CID abgeschlossen. Ich sag ja, wir gehen ja nur noch hin und geben ab, weil wir schon alles gemacht haben. Ist hier einer? Nope. Dann gucken wir mal hier rum. Hier unten sind auch immer ein paar. Zum Beispiel Matt. Sammlobjekt Feiner. Das ist genau das, was ich jetzt nämlich noch brauche, um die 100% dann zu schaffen. So, Matt Miller-Anzug. Und nochmal. Das war's. Letzte Aufgaben abgeschlossen. Auch für Matt Miller. Sehr gut. Gedankenkontrolle. So. Matt Miller. Abgeschlossen. Johnny. Jetzt, dass du ein paar neue Toys hast, kannst du dir zeigen, was die Saints wirklich tun können? Du hast es. Wir reden nicht viel. Wir kriegen die Singularitätskanone. Oh, das ist die schwarze Lochkanone. Holy shit. Okay, nice. Und mehr Munition für die schwarze Lochkanone. Leicht. High five, Johnny. Und die schwarze Lochkanone lädt sich nur viel schnell auf. Ja, meint man, ne? Das sieht gut aus. Oh mein Gott, wir werden gleich so dermaßen die Bude rocken. So, dann haben wir noch einen guten Pierce. Sicher doch. Ich kann das am besten. Ne. Vermute ich nicht. Wir kriegen die in den Inflarottstrahl. Ne, das Kostüm. Was? Achso, es muss einfach lila sein. Okay. Und Upgrade. Oh, explodierende und verletzende Feinde. Ja, dann mach doch mal. Ist doch besser, als wenn du hier irgendwelche Comics liest. Nichts gegen Comics, aber... So, haben wir da unten. Oh, geht sie. Yay, geht sie, Baby. So, sie macht jetzt nämlich unsere ganzen Gateways frei. Ja. Nummer eins. Nummer zwei. Ist eigentlich schon geil. Einfach nur alles abgeben, die ganze Zeit. Weil wir so fleißig waren. Nummer drei. Nummer vier. Und das war's. Die letzte. Nummer fünf. Wir haben alles jetzt im Spiel. Alles. Sick. Und das war's. Ist klar, Kenzie. So. Ähm. Guck mal hier. Komm noch raus. White Wedding. So, dann gehen wir mal nach vorne. Da haben wir nämlich noch... ...die gute Shawnee. Hallo Shawnee, Baby. Ähm. Aber erst sprechen wir noch mit unserer Puppe. Ah, ne. Das ist ja Shawnee. Na was jetzt? Komm hier. Vizepräsident. Camp David was a wild time, wasn't it? I can only imagine what we would have gotten up to if we didn't have to worry about the backlash. Er führte die Welt mit Musik und Explosionen aus der Dubstep-Kanone. Ist ja nicht so, als hätte ich die nicht schon. Gut, ich hab die Heavy-Metal-Kanone und die Oktoberfisch-Kanone. Wer braucht Dubstep? Und mit ganzem Spritten! Und zusätzliche Zeit beim Hacken. Als bräuchte ich das. Ich bin fertig, Dude. Ja, so ein Pech. Und göttlich! Hat Rod Roddy Roddy Beibahnzug! Vom Schauspieler zum Politiker. Nice! Sehr, sehr geil. Aber sicher. So, das wäre erledigt. Das ist noch Shawnee. Wo ist Asha? Fehlt nicht Asha noch? Asha? Oder treibt die sich so rum? Asha? Wo bist du? Ähm. Wo könnte die denn so sein? Ach, ich glaube... hier, ne? Ja, ich glaube... Okay, Round 1 complete. Aber kannst du diese nächsten Sachen handleen? Schau mir, was du hast. Jawoll, wir kriegen das Laser-Energie-Schwert. Läuft. Jetzt für die reale Herausforderung. Bring it on. Und... Energie-Schwert-Kostüm! Kann man machen. Ach, Asha. Ach, Asha. Das ist doch alles easy hier. Und im Dienst des Aids. Yep. Feinde lassen doppelt so viel Gesundheit fallen. Läuft. Oh, I look forward to a vacation after all this is over. I had a Beach-Planet, maybe. Ja, ein Beach-Planet. Da wär' ich aber voll dabei, Asha. So! Und die letzten Missionen geben wir ab. Bei... Shani! I don't show you, wie geht's? So! Cyber-Space-Fatrick! Ja, wir können den Bastard heute noch umbringen. Mörder-Bot-Minenwerfer! Okay! Privacy! So! Damit müssen wir eigentlich alles abgegeben haben, oder? Fünf Aufträge. Triff dich mit... Ach! Ben gibt's ja noch! Oh, klar! Und die Lebensruhe schon! Die haben wir auch noch! Ah, da sind ja noch zwei, wo wir noch was abgeben können. Ben! Äh, ich weiß, wo Ben immer sitzt. Eigentlich hier. Ja! Buff Element Ice! Oh ja, Big Finish is coming! Ben King-Anzug! This is gonna be epic, Player. Thanks for your help. I'll be sure to put you in a special thanks. Gee, Ben. Thanks. Machen wir mal so. Und noch ein Buff-Element. Höchstwahrscheinlich. So, und dann haben wir noch die lebensfrohe Shaundi. Die ist normalerweise oben. Aber nachdem ich jetzt gerade keine Ahnung habe... Was hat denn die lebensfrohe Shaundi jetzt für eine Aufgabe für mich? Zum Fick? Look, I have to prove to other me that I'm more than a party girl. So I came up with a list of things that are causing problems. Ne, die habe ich schon alle erledigt. Shaundi. Ja, und dann mitkriegen... Ey, es ist so geil. Wir haben einfach alles erledigt. Lebensfreund Shani hat mir einfach freigespielt. Ja, hat mich gefreut, Shani. Saints Row 2, never forget. Und die zwei Shorties. Okay. Das müsste es gewesen sein. Wir sind durch. Jetzt haben wir nur noch die Nebenaufgaben. Also die DLCs. Und das Finale. Ja, sick. Ich hoffe, ich muss das nicht alles machen für die 100%. Weil dann mache ich keine 100%. Weil da sind teilweise Aufgaben dabei, wo ich mir denke... Nope. Das ist mir am besten zerbläht. So, Bargeld haben wir dann definitiv auch mal genug. Kräfte. So, wir haben jetzt so viel für Upgrades. Schauen wir mal. Verringerter Schaden nehmen wir. Wir nehmen übers Wasser laufen. Ah, das haben wir automatisch. So, Supersprung. Haben wir, glaube ich, eh schon alles. Yes. Tod von oben. Ich kann ganze Atomangriff. Okay. Kraftschild. Nice. So. Boah. Gucken wir mal bei Blast, dass wir da noch raushauen können. Achso. Gar nichts mehr. Okay. Telekinese. Aufladen. Gut. Da müssen wir ja ein bisschen was sammeln gleich. Das kostet nichts. Spezialfahrzeuge. Ich kann Panzer hochheben. Leute. Und Wurfweite. So, jetzt haben wir eh schon nichts mehr. Da müssen wir wieder suchen gehen. Bin jetzt eh gleich mal gespannt. Wir werden gleich mal jetzt gucken. Was wir, äh, noch alles machen müssen. Okay. So, Moment. Hier wäre noch irgendwo was offen. Ah ja, hier. Wurfweite. Ah, keine Ahnung. Alles klar. Wir können jetzt hier bei den Upgrades mal ein bisschen Geld ausgeben. Oh. Und wie. Und wie wir das können. Was haben wir denn hier noch? Hackenbelohnung. Gut, ich sag's mal, wie es ist, ne? Ich brauch's jetzt nicht mehr. Uhu, Anna. Hallo. Ich brauch das nicht mehr. Ich bin hier durch. Ich baller jetzt einfach nur noch mein Geld raus, weil ich einfach nicht mehr... Weil ich einfach... Alter. Ich hab nichts mehr hier zu tun. Begleiter, Gesundheitsupgrade. Ich weiß nicht mehr, ob ich für die 100% das alles kaufen muss. Aber ich kann mein Geld hier einfach verballern. Sains Verstärkung. Und... Tempo. Immer noch 115.000. Sick. Monster Trucks. Und... Nitro. Kannst du auch noch reinsetzen. So, im Kampf. Allgemein mehr Munition. Ist schon mal nicht so verkehrt. Kann auch nicht so, äh... Verkehrt sein. Alter, 75%... Und 100%... Und, ach so! Man kann unbegrenzte Munition kaufen. Ach, so ist das. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Sick. Okay. Machen wir so. Und Superstärke für Nahkampf. Setzen wir auch noch rein. So, jetzt haben wir auch schon wieder gar kein Geld. Mai, oh mai, oh mai. Haben wir schon wieder gar kein Geld. Sick. Ja gut, wir müssen eh noch ein bisschen was machen. Die ganzen Gesundheitsupgrades. Die würde ich natürlich schon noch gerne vor dem Finale noch alle mir holen. So, die ganzen Gateways haben wir. Dann werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. 14 Stunden gespielt. Abgeschlossene Loyalty zwischen 2 von 7. Willst du mich verarschen? Ich habe alle abgeschlossen. Ausgeführte Aktivitäten habe ich alle. Erkunderte Nachbarschaften habe ich alle. Nachbarschaften unter Kontrolle habe ich alle. Hotspots habe ich alle. Unruheherde habe ich alle. Gehackte Läden habe ich alle. Audiologs muss ich noch finden. Ah, okay. Ansammlungen. Was? Ich habe erst 848 von den Datensammlungen. Sinnjegg-Statum muss ich noch zerstören. Die Text-Adventures muss ich noch finden. Okay, da geht ja doch noch einiges. Äh, speichern wir mal. Mal sehen, wie bei wie viel Prozent wir sind. What? Das bleibt bei 80? Das abgeben bringt nichts mehr zu den Prozentzahlen dazu? Echt? Aber ich habe doch nicht nur noch... Wo soll ich doch 20 Prozent herkriegen? Hab doch alles durch. Bis auf das Zeug sammeln. Was zum Teufel? Okay. Ich muss zugeben, dass mich das jetzt ein bisschen überrascht. Ja, dann... Muss ich jetzt schauen, dass ich die Audiologs und sowas finde. Ha, okay. Das kann man ja eigentlich mal machen. Aber was natürlich ätzend ist, du hast ja so wirklich... Hast du ja keine... Du siehst so auf der Minimap, wo was ist. Oh, jeder. Aber... Mehr auch nicht, ne? Das heißt, du musst ja trotzdem... Die Stadt abfliegen und wenn du nur eins irgendwo mal übersiehst... Ja, dann bist du ja völlig im Arsch. Oh, sick, man. Okay. Puh. Das ist natürlich jetzt eine hübsche Aufgabe. Das alles zu machen. Ha. Okay. Moment mal. Ah, das ist die Anzeige für den Audiolog, ne? Von Shaundi. Ja. Ja, nicht nur TV ist Hardwork. Ist hier vielleicht so eine Sinjax-Statue? Ja, ich glaube, da wird sogar leicht angezeigt, ne? Ja, 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 ja. So, was nehmen wir da? Die Shotgun einfach. Easy going. Aber hier wird mir noch eine Sinjax-Statue angezeigt. Och! Das sind zwei auf einmal. Das ist ja fies. Okay. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht so lange dauern, alles zu finden. Du musst das aber ein bisschen systematisch ab... Also, du musst das irgendwie systematisch machen. Du müsstest quasi sagen, jo, du fängst jetzt in dem Gebiet an und gehst da so von links nach rechts ab. Weil ansonsten wird das, glaube ich, nicht so. Wenn du das einfach unkoordiniert machst, wo du einfach irgendwo links, rechts, keine Ahnung, irgendwo lang gehst, dann, glaube ich, werden wir sehr schnell ein Problem kriegen. Wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, wo ich war, ich versuche das jetzt mal taktisch, äh, zu machen. Das ist einfach so eine Sinjax-Statue, weißt du? Mitten im Nichts. Du sollst dich ausrüsten, Dude. Da wäre ein Audio-Log. Ja, gut, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann nehme ich den mit. Schön auf der Kugel abgerollt. So, guck mal, da hinten haben wir doch sowas. Hier wird wahrscheinlich noch eine Menge sein. Guck mal, da haben wir doch direkt noch einen. Da haben wir eine Sinjax-Statue. Da oben noch was? Ja, klar, ist da oben was. Was frage ich denn eigentlich? So. There we go. Audio-Log. Ein abgestützter Flugzeug. Oh, jetzt komme ich da nicht ran. Wirklich? Kann er nicht landen? Stehen denn die ganzen Dinge, ey? Pussy Ass. So, und jetzt, wo ich da bin, muss ich jetzt einfach nur noch so von links nach rechts gehen und schauen, dass ich alles sammle. Mein Übersehen kann ich ja jetzt nichts mehr. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, genau, das erinnert so ein bisschen an Lego City Undercover. Story durch und jetzt nur noch so nach und nach das Zeug sammeln. Aber ich sag's mal so, ich mein, ich find's jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber wir sind jetzt schon zu weit, um das jetzt einfach ein paar Prozent vor hundert liegen zu lassen. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ja, wir haben eine Menge Leute in Saints Row 2 verloren damals. Also ich denke mal, das System funktioniert gut. Immer so links, rechts, links, rechts. Schau mal, wie leicht man jetzt halt sowas zum Beispiel findet. Hier sowas, sowas hättest du nie, nie gefunden so nebenbei, weißt du? Da fliegst du einfach drüber, da hast du gar kein Auge für offen, aber so? Wenn du natürlich weißt, wo du hin musst, dann ist das gar nicht so verkehrt. Oh, da haben wir, ah, das ist ein Text-Adventure hier, irgendwo. Da ist irgendwo, ah, hier, guck mal. Sehr gut, na sowas zum Beispiel, so ein Mini-Computer irgendwo, als würdest du das finden nebenbei. Ne? So, da oben habe ich noch was gesehen, sogar ohne Hilfe. Ich meine, alleine, dass ich 848 oder so ohne diese Mini-Map gefunden habe, halte ich für sensationell. Also entschuldige mal bitte. Das ist großes Kino. So, wo genau bin ich jetzt in der Map? Ich darf jetzt keinen Scheiß machen. Ah ja, perfekt. Oh, da ist der fies versteckt. Ähm, hier irgendwo. Oh, ist der fies versteckt. Okay, der ist richtig fies versteckt. Den hätte ich garantiert im Normalfall jetzt übersehen. Aber man muss das Koop-Zeug, muss man es aber nicht für die 100% machen, oder? Das fände ich ultra hässlich. Das kann eigentlich nicht sein. Weil, ein Spiel kann ja nicht, äh, zu 100, also kann ich sagen, ja, du kannst das nur zu 100% spielen, wenn du einen Kumpel hast. Ich wusste erst mal, was es war, dass ich auf Stillwater verletzt habe. Der Räder. Der Räder. Der Räder war schrecklich und unvergültig. Er hat sich auf die Böden auf uns bemerkt, die sich direkt nach uns bemerkt. Ich denke, dass mehr von der Stadt der Stadt verletzt wurde, als in der Ende gegründet wurde. Sicher, die Saints wurden übernommen, aber auf welchen Kosten? Ich konnte nicht riskieren, dass die Sonne nicht mehr verletzt. So, ich habe, was ich hatte, dass ich gemacht habe. Ich habe nie gedacht, dass der Bastard über die Explosion überleben würde. So, schauen wir mal, wo sind wir jetzt hier wieder? Alles klar, wieder komplett rüber, das passt. Ah, fast perfekt gelandet. Sinyak-Statue, ey, die sind aber auch an komischen Orten, ne? Was bringt das denn, Sinyak? Wenn die doch eh keiner sieht. Oh, es tut mir leid, People, aber ihr müsst euch leider jetzt ein bisschen... Sorry. Ey. Da kann ich jetzt nichts für. Ihr standet im Weg. Bestimmt wieder irgendwo unten, oder? Da, in der Wand. Okay. Ah, jetzt suchen mich natürlich die Bullen. Und hier drüben noch irgendwas? Ich glaube, ich mach das so vom System her, mach ich das ganz gut. Okay. Schauen wir mal, bin ich auf dem richtigen Weg? Jetzt müsste ich... Ja, okay, ich muss jetzt ein bisschen weiter runter, denke ich mal. Da kommt dann bestimmt wieder Genki-Nachten, nehme ich an. Ich traue mir wetten, dass ich aber selbst mit meiner Methode, die ich jetzt mache, die ich persönlich recht gut finde, definitiv noch auch so die potenzielle Chance habe, was zu übersehen. Wie zählt der das jetzt? Zählt der jetzt prozentual für jedes Mal, wo ich eine Sinjek-Statue zerstöre oder eine Datensammlung finde? Zählt der das prozentual hoch? Ja, Genki-Nachten war ja klar. So, dass quasi... Ach, da! Guck mal. Okay. So, dass ich quasi jetzt, na, wenn ich so eine... 30 von den Dingern gefunden habe, dann plötzlich bei 81% bin oder so. Das werde ich gleich mal überprüfen. Ich sammle jetzt... Ich mach das Gebiet jetzt wieder mal noch fertig. Und dann, äh, überprüfe ich das mal. Ansonsten... All right! It would be nice to keep it. Gut! Woohoo! Olaf-Hype, Mensch. Äh, ich hab hier irgendwo was vergessen, kann das sein? Irgendwo da oben? Äh, ich geh mal davon aus. Weil bei irgendeinem Turm, nehm ich mal an. Auf der Suche. Normalerweise nehm ich da immer fast alles mit. Und in dem Fall hab ich wohl irgendwo was übersehen. Die Frage ist jetzt nur, wo. Das kann man natürlich jetzt auch sauschlecht erkennen. Könnte ganz oben irgendwo gewesen sein. Okay, das kann man da überhaupt nicht erkennen. Okay. Ist da ein Audio-Log? Ne, ne? Ich versuche halt jetzt mal ganz nach oben zu gehen. Damit ich da vielleicht irgendwie einen Überblick habe. Ach, da ist es! Ja, ha, ha! Geht doch! Und jetzt hab ich natürlich schön Zeit. Einen schönen Flug über die Stadt. Fliege ich überhaupt richtig? Oder fliege ich dahin, wo ich schon war? Fliege natürlich dahin, wo ich schon war. Super. Da hinten seh' ich noch was. Oh, wie schnell du irgendwann wirst bei diesem Flug, ne? Dann da wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ah, ja. Okay. Puh! Ja, ja, ja. Jetzt muss ich aber definitiv wieder auf die andere Seite. Hier hätten wir noch was im Angebot. Chirurg. Ist hier. Sind hier gleich zwei nebeneinander, oder was? Irgendwo hier. Oh, ne. Ganz da oben wahrscheinlich. Oh, shit. Okay, das war wahrscheinlich wieder irgendwie, äh... Fuck. Bei irgendeinem Turm. Shit. Oh, wahrscheinlich sogar ein paar übersehen zu haben, hm? Ach, du Scheiße. Ja, da hab ich wohl definitiv ein paar übersehen. Ich hoffe, ich komm da noch irgendwie jetzt mal gut hoch. Oh, da war ich aber dann nicht aufmerksam bei dem Turm. Oh, Gott. Ja. Okay, ich muss hier irgendwo... Da, da seh ich sie ja schon. Wettel, warum hab ich da so viel übersehen? Das ist kein normaler Turm, ne? Wow, warum sind da so viele? Okay. Das sind diese... Die gehören nicht offiziell zum Turm. Nur irgendwie so nebenbei scheinbar. Okay. Pah, perfekt gelandet. Ah, Moment mal. Da sind dann noch mehr. Oh, da ist sogar noch so ein Textadventure. Oh, hier hab ich noch richtig viele nicht. Ah, komm. Oh, ich vermute... Ah, ne, da unten haben wir eins. Bestimmt irgendwo haben wir... ...noch mal so ein... ...auf irgendeinem Turm. Liegt das hier einfach so im Garten rum? Natürlich. Das dritte Textadventure. Okay. Boah, jetzt verliere ich so langsam. Aber sicher doch den Überblick, muss ich zugeben. Es hat schon einiges anzubieten. Wo sind wir denn jetzt kartentechnisch? Ach Gott, ich bin ja wieder völlig falsch. Aber lieber da lang. Auf jeden Fall, dass wir hier nicht schon waren. Ich glaube, jetzt passt es wieder. Wenn ich jetzt hier anfange... ...wird es hoch und runter gehen doch ein bisschen... ...sinnvoller. Wenn man da mehr sieht, ist die oben die Statue. Ja, da. Da! Yes! Da ist die 15. Statue schon. Das ist gut. Das ist gut. Da tut sich wenigstens was. Ich glaube, hoch, runter ist besser. Da hast du nicht ganz so viel... Da kann man nicht ganz so viel übersehen, glaube ich. Ja, schau mal an. Wie klar es war. Komm! Yes! Ja, ich sag ja. Wir werden, glaube ich, spätestens dann Probleme kriegen. Wenn dann wir irgendwie... ...noch so ein, zwei oder so Datensammlungen fehlen. Und wir auf der großen Map nicht sehen, wo die sind. Dann wirst du richtig ätzende Probleme kriegen. Die zu suchen, ey. Das, glaube ich, ist dann richtig ätzend. Naja, mal sehen, wie es wird. Da haben wir noch einen. Aha. So. Ja, die Bullen ist klar. So, haben wir hier noch was. Dann nochmal ein Text-Adventure-Teil. Aha. Nummer vier. Das ist gut. Ja, schauen wir mal. Ich weiß auch bis heute nicht, ob ich die ganzen Challenges für Gold machen muss. Aber ich denke mal nicht. So, den noch. Jetzt, glaube ich, müssten wir hier so eigentlich durch sein, oder? Ja. Also, ich kann mir jetzt nicht mehr großartig viel vorstellen, wo noch was sein könnte. Einmal kurz hier quer rüber. Ich würde behaupten, dass wir hier gut durch sind. Da, da haben wir noch eine Syndiac-Statue. Vor allem, da wird ja nichts abgehakt. Sonst müsstest du irgendwo aus dem Internet irgendeine Map suchen, wo angezeigt wird, wo was ist. Und das ist ja dann mega anstrengend. Äh, oh Gott, wo ist das? Ach, du liebe Zeit, da oben sehe ich es ja sogar. Wie komme ich denn da jetzt ran? Schauen wir mal. Ach, du liebe Zeit. Da muss ich ja da hinten... Oh, okay. Oh, warte, da haben wir noch einen. Sind die... Ah, nee, der ist hier. Okay, ich muss also irgendwie nochmal da hoch. Ich da wohl ganz groß was übersehen habe. So, schauen wir mal kurz. Ich weiß ja, wo es ist. Es dürfte also nicht allzu schwierig werden. Den meinte ich aber gar nicht, ne? Hallo? Äh, doch, ich glaube, ich meinte den sogar. Ja, ich meinte den sogar. Oh, nice, okay. Nehmen wir den auch. Joa. Dann dürfte sich das jetzt hier wohl erledigt haben. Also, ich glaube, ich habe jetzt hier gut was rausgeholt. Schauen wir mal. Was die Statistiken jetzt so sagen. Ähm. Gucken wir mal kurz. Audiologs. Ach, nur noch. Noch 15 Audiologs. Äh, okay, Ansammlung haben wir jetzt 934. Ja, das zieht sich schon ganz schön. Sinex-Statuen, Textadventure, bla bla bla. Aber hat sich da jetzt... Okay, Geld nehmen wir mit. Dann können wir wieder ein paar Upgrades kaufen. Hier, Ausdauererhöhung. Schnelleres sinken. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar nochmal. Ja. Alles mitnehmen. Keine Ahnung, ob das zu den Prozentzahlen dazugehört. Wir speichern das mal ab. Schauen wir mal, ob es nicht da was getan hat. Oh, 81%. Holy shit. Gut, kann natürlich sein, dass das Finale zum Beispiel instant 10% draufgibt oder so. Aber das, äh, werden wir schon noch früh genug erfahren. Dann... ... ...